Das ist der BetaFPV XNITE 5 Zoll Quad mit 6S Akku geflogen mit Radiomaster und der Fatshark HDO Brille. Der 5 Zoll Quad ist 248 Gramm leicht mit der KDX Baby Ratel Kamera, 6S Akku, starken 1805 6S Motoren, 5125 Gemfan flaches Profil Propellern, hinten sitzt ein 25 bis 350mW Video Sender, hier der GNB Akku mit 550mAh, so bleibt man unter 250 Gramm. Im Lieferumfang sind zwei Sätze von Propellern und ein Einstellungsboard für die Baby Ratel Kamera. Die 1805 Motoren sind perfekt für den 5 Zoll Quad, haben genug Kraft um die ganze Zeit mit Vollgas zu fliegen. Die Motoren mit 15.050KV sind für 6S Akku. Es gibt auch Motoren mit 2550KV die man für 4S nutzen könnte. Die Motoren mit 15.050KV sind super leicht mit 16,22 Gramm inklusive den 10 cm Kabel. Innen ist ein F4 FC Board eingebaut mit 35 Ampere BL Heli 32 ESC. Der FC hat zwei Serien Schnittstellen und eine Soft Serial Schnittstelle, somit auch für DJI oder ein GPS Modul geeignet. Eine Black Box ist leider nicht eingebaut. Hinten sitzt der neue Video Sender M02 der 25 bis 350mW stark ist. Der ganze Quad wiegt nur 143 Gramm. Mit dem Tattoo allein 650mAh 6S Akku leider über 250 Gramm. Aber der 6S GNB Akku mit 550mAh ist hier der richtige. So bin ich knapp bei 248 Gramm. Hier brauche ich aber einen XT60 auf XT30 Adapter. Da ich nur Akkus mit XT30 Steckern habe, werde ich den XT60 gegen XT30 Stecker tauschen, um unter 250 Gramm zu bleiben. Ok man kann den Quad mit einem großen 1050mAh 6S Akku fliegen, aber den finde ich recht schwer und durch das Mehrgewicht fliegt der Quad maximal 30% länger. Hier sieht man noch den 470mAh Kondensator der auf dem XT30 Stecker jetzt angelötet ist. Nun habe ich meinen XT30 Stecker angelötet und bin somit unter 250 Gramm mit dem GNB 6S Akku. Mit dem Tattoo 650mAh Akku liege ich aber über 256 Gramm. Auf dem R4 FC war Betaflight 4.2 Firmware installiert, die ich auf 4.2.1 aktualisiert habe. Unter der Konfiguration ist ab Werk bereits das bidirektionales DSHOT Protokoll aktiv. Somit werden die RPM Filter genutzt, also Filterung je Motor, was unter Betaflight 4.2 wichtig ist. Die PID Werte sind ab Werk fast gleich wie die Standard Betaflight Werte. Ich fand bei dem ersten Flug aber etwas zu viel Zitten bei den Rolls und Flips. Das mag vielleicht bei FPV Racing keine große Rolle spielen, mich hat das aber gestört. So habe ich die P und D auf 1,4 erhöht und weil der Quad so leicht ist habe ich den Multiplikator runter gesetzt von 1 auf 0,7. Steuerknüppel habe ich erhöht um eine bessere Stick Kontrolle zu bekommen. Dann unter Rates habe ich meine Werte eingetragen. Hier fliege ich gerne mit einer flachen Kurve bei niedrigen Drehzahl um den Quad besser so steuern zu können. Die Filterung habe ich zuerst von 1 auf 1,3 reduziert. Beim Flug auf Sicht merkt man schon gute Beschleunigung von dem leichten Quad. Und der Quad fliegt super super schnell. Was auch sehr gut ist die enorm schnelle Reaktion von dem Quad. Da der so leicht ist kann ich schnell den Quad um 180 Grad drehen und dann wieder Vollgas geben. Die Akku Spannung ist relativ stabil obwohl ich immer richtig viel Gas gebe. Da hat man wirklich 5 Minuten Spass und kommt so richtig ins Schwitzen, weil man sich hier enorm konzentrieren muss. Den Quad sollten geübte Piloten fliegen, die Acro Modus beherrschen. Auf jeden Fall waren nach dem Flug meine Hände so richtig am Zittern von dem Geschwindigkeitsrausch. Und das hatte ich schon lange nicht. Vielleicht kann man mit anderen Quads noch schneller fliegen, aber nicht mit so einer schnellen Reaktion und so einer schnellen Beschleunigung. Zum Schluss bin ich noch mit einem 1050mAh 6S Akku geflogen. So hat man eine längere Flugzeit, aber der Quad ist dann schon deutlich schwerer, also ca. 310 Gramm Abfluggewicht. Ich bevorzuge hier den GNB Akku mit 550mAh oder mit etwas mehr Flugzeit den Tattoo R-Line 650mAh 6S Akku mit dem man aber beim Gesamtgewicht über 250 Gramm ist. Das Kraft zu Gewicht Verhältnis ist hier super. Mir gefällt der X-Night 5 Zoll richtig, richtig gut. Das ist wie Formel 1 mit der schnellsten Maschine in der Luft zu fliegen. Ihr solltet aber beim Fliegen aufpassen, der Quad ist nicht robust genug. Hier ist alles auf wenig Gewicht optimiert. Unsere dünne Arme überleben hier keinen harten Crash. Viel Spass beim Fliegen. Das ist alles auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.